Am Mittwoch, dem 14. Oktober gegen 20.05 Uhr kam es in einem Supermarkt in Wandsleben, Ortsteil Seehausen, Landkreis Bürde zu einem Raubüberfall. Eine männliche Person drang gewaltsam über ein Fenster in den Supermarkt ein. Der Täter bedrohte die beiden anwesenden 51- und 60-jährigen Mitarbeiterinnen nach ihren Aussagen mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Mit einem mitgebrachten Werkzeug öffnete der Täter dann ein Wertfach und entnahm das darin befindliche Geld im mittleren fünfstelligen Bereich. Anschließend verließ er den Supermarkt durch das bereits beschädigte Fenster. Der Täter wird wie folgt durch die Mitarbeiterinnen beschrieben. Männlich, ca. 1,85 Meter groß, schlanke Gestalt, bekleidet mit einem blauen Arbeitsoberal, maskiert mit schwarzer Sturmhaube. Die Polizei leitete sofortige Verhandlungsmaßnahmen ein, diese blieben bisher ohne Erfolg. Die beiden Mitarbeiterinnen blieben körperlich unverletzt. Gesucht werden dringend Zeugen, die etwas zur Tat oder dem Täter sagen können. Diese können sich bei der Kriminalpolizei in Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 546 5196 oder an jede andere Dienststelle wenden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.